Hallo zusammen, ich bin Jeremias Rueck. Im dritten Lehrjahr arbeite ich bei Käsegartenbau als Landschaftsgärtner. Mein Tipp an euch, geht viel schnuppern und lernt die Jobs auch kennen. Hallo zusammen, ich bin Sven. Ich lerne Landschaftsgärtner im dritten Lehrjahr beim Käsegartenbau und empfehle ich euch, wenn ihr euch für den Beruf interessiert, bringt einfach das handwerkliche Geschick mit. Ein bisschen Freude am Beruf, körperliche Fitness und den grünen Daumen. Musik 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 Vielen Dank.